Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus, ist auch mir zur Seite still und unerkannt. Dass es träum ich leite, an dir lieben Hand. Alle Jahre wieder. Das ist für mich ein ganz besonderes Weihnachtslied und es begleitet mich seit meiner Kindheit. Aber ist es in diesem Jahr wirklich wie alle Jahre wieder? Überall stehen die Menschen vor großen Herausforderungen. Sie haben Sorgen, machen sich Gedanken über ihre Zukunft. Normalerweise kommen wir in diesen Tagen ja zusammen. Wir verbringen Zeit miteinander. Wir reden. Wir nehmen uns gegenseitig ganz fest in den Arm. und wir haben Wünsche, kleine und auch große. Doch ich glaube, besonders in diesem Jahr gibt es einen Wunsch, der größer ist als alle anderen. und ich denke dabei an Menschen, die das Weihnachtsfest nicht gemeinsam mit uns verbringen können. Ich wünsche Ihnen besinnliche und gesegnete Weihnachten und von ganzem Herzen vor allem eins. Bleiben Sie gesund.